Oh, Kühe sind im Graben. Und zwei Schafe habe ich auch mitgebracht. Ach, cool. Die Cox haben einen eigenen Stall. Komm her, Schlinge. Achso, du hast noch ein Schaf. Ich sehe schon. Alles klar. Wow. Hier ist das Chicken Hole. Ich sehe schon. Sehr komfortabel. So, dass wir auch wieder rauskommen. Ich mag diese schwebende Insel über dem Bunker. So findet man es immer. Das ist so ein Pfeil. Das ist ein Pfeil, der drüber ist. Der zeigt uns, wo wir eigentlich hin sollten. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe auf dem Weg noch ein Chicken gesehen. Das hole ich jetzt noch. Außer du hast es umgebracht, Schlinge. Nichts getötet. Ja, da ist es hier noch. Kühe machen jetzt Liebe. Okay. Ja, du. Ihr seid auch ein Chicken. Oh, da ist noch ein drittes. Hast du noch... Ich hatte zu wenig Weizen mit. Zwei Kühe können auch mal... Ne? Ich muss... Kann irgendwie eine Kuh melken? Ich brauche Melch. Warum brauchst du Milch? Ich will den Kuchen backen. Achso, alles klar. Ich habe einen Lava-Eimer. Damit kann ich keine Kuh melken. So, kommt bitte meine kleinen Hühnchen. Tu die Lava mal in den Graben. Wo seid ihr? Ach. Ne. Wo sind die ganzen? Schon mal nicht. Beim normalen Hardcore heilt man sich noch durch volle Nahrung, oder? Ja. Ja. Aber das ist ja super Hardcore. Ultra, oder? Das ist ultra sogar. Hä? Hier fehlen zwei Kühe. Ja, du. Ne, ich habe nur eine getötet. Ach. Okay. Nur. Dann ist alles klar. Aber sie hat nichts getroppt. Hört auf die Kühe zu töten. Achso, sie hat nur Fleisch getroppt, kein Leder. Ich wollte die zweimal, ich wollte die noch vermehren, du. Ein letztes Mal Spaß haben. Du verwehrst es ihr. Bist nur für einer. Haben wir irgendwas, ganz viel, was wir braten müssen? Äh. Äh. Nö. Ich habe einmal Hühnchen. Wenn wir Kartoffeln anpflanzen würden. Ja, habe ich doch schon. Ach. Hier, einmal Hühnchen. So. Geh weiter, Min. Oh, das sieht aber hübsch hier oben aus. Ich habe es sogar sortiert, Maudado. Guck mal, das ganz große Feld hinten sind Kartoffeln. Ein Bunker des Lebens. Och, ist da sogar eine Babykuh. Ja. Die Hühner vermehren sich mit Seeds. Seeds, ja. Ach, deswegen sind sie so wuschig darauf. Ja, ja. Ein Hühnchen und zwei Hühnchen. So, jetzt kommt da noch ein Babyhühnchen. Und Skrape. Ist es sicher, dass wir die direkt in unserem Haus haben wollen? Ja, das habe ich auch gerade so überlegt. Ja, rauskriegen wir sie schlecht. Wir müssen nur den Willen dazu haben. Ach Gott, Lava. Und ich habe nichts zum Zubauen. Scheiße. Oh Gott. Geh weg. Packen wir nicht mal Bambus? Wenn wir jetzt sterben. Ja, habe ich auch schon angepflanzt. Und ich habe noch was im Inventar. Achso, den suche ich nämlich gerade. Wenn wir jetzt sterben, wer soll sich dann um die Kühe kümmern? Ja, das will sich auch nicht. Oh, mehr Dirt brauche ich. Ich habe keine Ahnung, wie das Rezept ist, aber ich mache jetzt einfach... Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Eimer. Kann das sein? Willst du ihn machen? Einen Kuchen? So. Aber... Ja, du brauchst doch zwei Eimer. Drei... Nee, zwei Eimer. Zwei. Zwei? Ja, zwei Milch, drei Weizen und ein Zucker. Nee. Hä? Moment, ist komisch. Ich bin schon selber raus. Ich probiere einfach rum. So, wir haben ein einzelnes Lava-Feld in der Umgebung. Usaf, das ist in der Nähe von mir. Doch, es waren drei Eimer Milch. Bin ich mir relativ sicher. Echt? Drei... Ja, drei Eimer oben Milch und drei Weizen unten. Und in der Mitte irgendwas mit Eier und Zucker. So krass. Ich glaube. Vielleicht ist das Ultra-Hardcore-Rezept auch anders. Ich glaube nicht. Vielleicht ist der Kuchen die Geheimheilung, die Konsumscan erkennt. Ja. Genau, Kuchen heilen seit neuestem. Ja. Dann hol ich eben noch einen dritten Eimer. Oh, es wird dunkel. Was? Jo, ist Nacht. Es wird dunkel, alles ist draußen schwarz. Förmlich. Dann schlafen wir. Ich lieg. Und guck nochmal, ob die SIM-Karte freigeschalten. Okay, ne, ich lass es halt. Lass es lieber, Maudado. Warum denn? Sonst wirst du wieder enttäuscht. Sonst werde ich. Aber ich will es ausprobieren. Ich habe die Lüge freigespielt. Boah. Das ist lieber. Ja, genau. Alles klar. Drückt da die, boah, die nette Frau einfach weg. Nein, Osaft, nicht essen. Malen, ich habe keinen Hunger. Ich liege hier im Bett. Okay, wir legen uns hin. Du liegst in meinem Bett, Osaft, geh raus. Das ist mein Bett. Okay, okay. Nicht schlagen. Na, du, wir legen Kopf an Kopf. Oh, mein Gott. Hilfe. So, Osaft, ich hole dir schon mal drei Milch einmal wieder, ne? Jetzt. Jetzt musst du mir nochmal das Rezept sagen. Ich weiß es selber schon wieder nicht mehr. Zwei Zucker. Kann auch Kürbiskuchen machen, ne? So? Wie da ist. Weiß ich auch nicht. Wir brauchen Kürbisse. Gibt es dafür auch ein Achievement? Ne, glaube ich nicht. Ne, dann lohnt es sich nicht. Osaft, du kannst den Kuchen machen. Moment. Mach vorne nicht den Aufweg so hoch. Sonst kommen da so leicht manche hoch. Ich wollte vorhin noch einen Weg nach oben machen. Achso, okay. Ach, da war ja was mit Eisentüren. Wo ist denn eigentlich das ganze 36 Eisen hin? Habt ihr die jetzt in eure ganze Rüstung gesteckt? Ich habe noch nicht ein Eisen benutzt. Ich habe immer noch Steinberg. Ich habe noch ein Eisen benutzt. Für die Eimer. Ah, da ist sogar das Rezept, oder? Ja, das ist das Rezept. Echt? Ja. Ja. Ähm. Oh, ich habe Eisen gefunden. Ja, oh. Das zweite Mal, dass ich Eisen finde, ja. Alter, ne. Mir reicht's. Was? Mir reicht's. Oh, der Allo. Will nicht mehr. Perfekt. Jetzt Schluss. Jetzt mache ich Schluss. So weit kann man so auf mein Bett gehen. Hey, wir haben alle 6,5 Leben genau. Ausgeglichen. Keiner von uns ist der Noob. Oder wir alle sind Noobs. Sprung schafft man ja eigentlich so. Das können wir eigentlich auch immer unten lassen. Aber so ist es praktischer. Was denn los, Gunzo? Was guckst du mich denn so an? Mitlösen. Willst du schmusen? Ja, hi Gunzi. So, ich habe 6 Gold gefunden. Dann können wir uns noch einen Goldapfel machen. Und wer kriegt den dann? Egal. Ich brauche ihn nicht. Ich habe ihn nötig. Nein, habe ich nicht. Ich würde sagen, den können wir uns auch einfach aufsparen. Den geben mir Gunzo. Gunzo gibt mir gerade schon Pussis. Sollte man vielleicht hören. Hier sind Knochen und Pfeile. Jetzt habe ich Angst. Und jetzt schläft er auf mir. Süß. Sollte mich aber, glaube ich, nicht beim Spielen großartig stören. Ich schnachte höchstens vor sich hin. Hi, Mordado. Hi. Ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen. Packeln hätte ich gerne noch. Haben wir Kohle? In der wertvollen Truhe. Kohle, Kohle. Tralala. Warte. Was denn? Auch nicht. Habe ich mal das Eisenachievement geholt? Noob. Hatte ich schon ewig. Boah. Ich habe hier sowieso von allen am wenigsten Achievement. Oh, ein Kuchen. Den nicht von meinem Bett essen, Mordado. Das ist mein Fußabtreter. Okay. Meiner steht extra auf dem Tisch. Da ist ein Creeper. Dein Kuchen ist der Tisch. Nein, der steht auf dem Tisch. Der Tisch ist nur sehr, sehr dünn. Oh, gibt's hier Wassermonster oder sowas? Das wär's noch. Das wär lustig. Genau. Na, Haie. Oh, ich muss Cowboy abschließen. Gibt's Heile nicht in der nächsten Version. Ich schließ mal einen Cowboy ab. Leder sammeln. Ja, deswegen greifen wir unsere Kühe noch nicht an. Aber die können wir doch schon mal angreifen. Die andere wird ja groß. Ja, du bist voll der Cowboy. Wir haben nur noch zwei. Ja, aber danach haben wir ja... Hey, wir haben doch gerade drei. Vier, sogar. Ja, aber ich will warten, bis wir mehr haben. Ja, okay. Umso mehr wir haben, umso schneller können wir die fortpflanzen. Macht Sinn. Ich lauf mal in die Eiergrube und werf da ein paar Eier rein. Eiergrube. Ähm. Warum habt ihr eigentlich alle schon ne Rüstung? Und ich nicht? Und da nicht. Ja, weil wir das Haus gebaut haben und die haben Erze gesammelt und haben alle Erze für sich selbst benutzt. Boah. Egoisten. Egoisten. Ich hab auch keinen Bock, jetzt hier ewig rum zu meinen. So, wer will den Apfel? Lass ihn in der Kiste erstmal für den Notfall, oder? Für den Notfall. In die Wertvollkiste. Warum? Was heißt für Notfall? Wir haben einen Schaden. Ja, ich war. Ich meine, hat wirklich einer sich irgendwie nochmal verletzt oder sowas? Das kannst du knicken. Ess den gleich. Es ist eh egal. Ess ihn, Modado, ess ihn. Warum ich? Weil du ihn gerade in der Hand hast? Wenn du weglegst, ess ich ihn gerne. Nee, ich hab ihn in der Truhe. Hier. Dann ess ich ihn. Okay. Ein Kriegraum extra lang drauf. Ein Diamantschwert. Ja. Da kann man die Diamanten auch besser benutzen. Beispiel für den Helm. Für den Diamanthelm. Ja. Oder Diamantschüchen. Die hab ich extra gemacht, um Kühl zu töten, dieses Diamantschwert, ja? Aber wir müssen hier noch warten. Boah, genau, 8. 8,5 sogar. Wow. Ja. Oh, was können wir mit den Diamanten anfangen? Kann ich mir daraus auch Schuhe machen? Äh, eine Chartming-Table muss ich noch machen, aber dafür bräuchte ich endlich Leder. Da brauchst du aber keine 8 für, oder? Nee, 2. Okay, was kann man mit 4 Diamanten? Ach, nur Schuhe. Schade. Hab ich jetzt Diamantschuhen gemacht? Hm? Ja. Okay. Oh, ich kann mir die Diamantspitzhacke machen, oder? Ja, lass mir nichts über, kein Ding. Dann machst du dir was daraus los. 2 brauchen wir noch für den Chartming-Table. Äh, ich brauch eine Eisenspitzhacke eher als eine Diamantspitzhacke. Sonst krieg ich die Achievements nicht. Lass mir einfach die Diamanten noch da. Und ich mach mir, ach, ich brauch auch eine Eisenspitzhacke. Glaube ich. Ja, erst mit Eisen muss man was abbauen. Und dann mit Eisentools Diamant abbauen selber. Ja, Diamanten sammeln ist alles, was mir so viele Wege versperrt. Nächstes Mal, wenn wir mich finden, kannst du sie abbauen. Ja, ich brauch auch einen. Kann man irgendwie Schnüre anders kriegen als Spinnen töten? Nur Spinnennetze abschlagen. Wolle war, nee. Spinnennetze abschlagen, ja. Man konnte Wolle aus Dinger machen, glaube ich, oder? Nee, nee, das war Tech-It oder so. Nee, ich mein jetzt aus Wolle. Ja, kann man. Nee, Quatsch. Aus Fäden kann man Wolle machen. Ja, genau, so rum. War das nicht in Tech-It-Only? Nee. Nee, ja, in Tech-It konnte man noch aus Wolle Fäden machen. Achso. Das fand ich praktisch. Im Makaroni. Ich hab Angst. Oh, hier liegt ein Knochen. Hier ist ein Skelett verbrannt. Wo ging es hier nochmal zum Villager? Na, ich mal gucken, ob wir mit den Villagern handeln können. Äh, einfach gerade über die Hügel zurück, wo wir herkamen. Da, wo der Pfeil hin zeigt eigentlich. Der Pfeil, der über unser Haus schwebt, meine ich. Also da hin. Okay. Oh, perfekt. Oh Gott, schon wieder ein halbes Herzschaden bekommen. Ich wollte sagen, Usaf liegt zurück, aber er hat ja sicher gerade... Er hat erst geheilt. Ey, hier bin ich falsch, oder? Also aus der Richtung kamen wir. Wir kamen auf jeden Fall von dem Berg. Wir mussten noch ein bisschen weiter nach links gehen. Dabei. Ja, Gunzo, ist gut. Kleiner Schnarchbär. Ja. Seid ihr alle tot, hallo? Ja. Irgendwie arg. Alle Schweigse. So, erst mal ne Höhle leergeräumt, sag ich da nur. Ey, du warst wahrscheinlich so ne kleine. Ja, das war nur ne kleine. Ich hab gerade keinen Plan, was ich machen soll. Hä? Der ist irgendwie von euch. Schlingel, ich hab dich gefunden. Oh nein. Ja, eigentlich was wir als nächstes machen müssen, ist der Enchantmentable, dann jeder ne Rüstung. Dann alle netter. Also auf jeden Fall. Genau, für die Enchanten. Die Rüstung braucht der Lens auf einem. Kann sich jeder jetzt auf jeden Fall machen. Wer noch keine hat. Was? Eisenrüstung. Wovon? Und Zeug allgemein. Ja, von meinem Eisen. Ich hab gerade Haufen gefunden. Okay. Gerne. Ich hab immer noch kein einziges Rüstungsteil aus Eisen. Ich hab immer noch kein einziges Rüstungsteil aus.